Hallo und willkommen da, hier ist Crofton und ich heiße ihr herzlich willkommen zum Impossible Fucking Drecks Game Und ich kann euch jetzt schon sagen, das Video wird damit enden, dass ich viele Gegenstände irgendwo gegenwerfen werde, weil ich sehr, sehr angepisst sein werde Ich habe früher schon ziemlich oft so Rage Games gespielt, bei denen der einzige Sinn eigentlich war, dass man einfach nur angepisst ist Und das ist ein weiteres in der Richtung und das werden wir jetzt einfach mal spielen Und ich werde nicht wütend werden, denn ich werde das Spiel einfach durchspielen, ohne einmal zu sterben Das Spiel ist nämlich ziemlich simpel, wir sind einfach hier, dieses Viereck, wir müssen einfach nur Leertasten drücken, um zu... Wir müssen einfach nur Leertasten drücken, um zu springen Und es kann nicht so schwer sein, das einzige was wir machen müssen, springen und jetzt... Ah fucking hell Okay, Versuch 3, es ist noch relativ wenig, wenn wir es unter 10 hinbekommen sollten, dann wäre ich relativ stolz, muss ich sagen Okay, ich kann auch einfach eine Leertaste gedrückt halten, dann springe ich die ganze Zeit Okay, I got this, ist nicht so schwer, ich kriege das hin Ich werde das Spiel durchspielen, ich werde alle Level auf einmal hinbekommen, oh fuck, okay, 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 wir sind recht weit, wir sind recht weit Das ist gar nicht so schwer eigentlich, eigentlich ist es voll in Ordnung Ich meine, halbisch schwer auf... Okay, wir sind wieder da, wo wir eben waren, das ist relativ gut... Oh fuck, geil, komm! Soweit ich weiß, es gibt glaube ich 5 oder 6 Level und falls ich nichts dagegen habe, würde ich es ganz gerne so machen, dass ich vielleicht ein Video pro... Und falls ich nichts dagegen habe, werde ich es vielleicht so machen, dass ich einfach pro Level ein... Fuck! Dass ich pro Level ein Video machen werde, das wollte ich sagen, ja, genau das wollte ich sagen, bevor ich einfach 15 mal an der gleichen Stelle... Okay, ich bin erst 6 mal gestorben, muss man sagen, ich bin noch gar nicht so schlecht dran... Also ja, pro Level ein Video, das würde einfach heißen, dass ich wahrscheinlich gegen Ende 4 Stunden aufnehmen muss, um die schweren Level zu schaffen, weil das ist das erste Level, das sind ab schon einfachste... Und ich bin jetzt schon am strugglen, was ziemlich traurig ist... Aber komm, diesmal schaffe ich es... Oh, 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 yes, yes, jump, 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 jump... Na, komm! Ey! Das Schlimmste ist wirklich immer den ganzen Kack von vorne spielen zu müssen, um da wieder hinzukommen, wo man am Anfang war... Oh mein, komm, hopp, hopp, ja, 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 komm, 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 das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus... Komm! Sei nicht so fett! Gib dir einfach ein bisschen Mühe und spring einfach schneller wieder hoch, das kann nicht so schwer sein! Und das sind nur Dreiecke, das sind nicht mehr Zacken, das sind Dreiecke! Warum bist du rassistisch gegenüber den verfickten Dreiecken, die haben dir nichts getan, lass doch einfach die Dreiecke in Ruhe, Mann! Ja, 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 Musik, awesome, bam, 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 bam! Komm, jetzt tut es den richtig jump, jetzt kriegen wir es hin! Yes! Nein! Really? 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 Okay, hier waren wir eben schon mal... Das ist nicht so... Ja, sehr gut, sehr gut, einfach weitermachen, keine Scheiße bauen, wir kriegen das hin! So, jetzt der gute Jump hier, hopp, hopp, hopp! GAAH! GAAH! Dieser Scheiß Song, dieser Scheiß Song, geht mir mittlerweile ziemlich auf den Sack, muss ich sagen! Der geht mir ziemlich auf den Sack! Ja Ich bin doch gesprungen Ich bin Gedrückt zum Hochbewegen So das hier wird der Run Der perfekt sein wird Ich werde in diesem Run nicht sterben Und ich werde das Spiel durchspielen Yes 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 Komm schon Bitte verkackst du mir jetzt nicht Bitte verkackst du mir jetzt nicht Oh komm schon Please Nein Fucking Ja ja komm Ich habe es vorhin schon angesprochen Aber warum sterben wir an den Dreiecken Die sind nicht so ordentlich spitze Wenn man nicht genau von oben dran knallt Wenn du von der Seite hergegen fährst Dann müsste es eigentlich eine Rampe sein Warum hat das Spiel geleckt Das war nicht meine Schuld Da oben Da steht jetzt 44 Nicht 45 Das zählt nicht Das war nicht meine Das war meine Schuld Nein Ist nicht gerade eines der besten Spiele Die man spielen sollte Wenn man noch ein bisschen krank ist Weil das ist einfach unglaublich frustrierend Macht sehr viel Spaß Kann ich nur empfehlen Holt es euch Beste Spiele der Zeit Macht echt viel Spaß Fun Man oh man Bestes Spiel des Jahres Fucking hell Komm jetzt Lass mich einfach beenden Ich will einfach Ich will Unter 60 Versuch Und würde ich es gerne durchspielen Ja 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 Nein Nicht so Da bin ich vorhin schon gestorben Ich sehe es Ich sehe es vor mir Ich sehe den Tod vor mir Und ich drücke einfach den Knopf Und denke mir Ja okay Sterbe ich halt Sterbe ich halt Ist doch Warum Was habe ich da Ja Komm Fick auf die Regeln Spring einfach wo du willst Spring einfach weiter Komm Fuck it Ist ja völlig egal Wie das Spiel funktioniert Mach es einfach anders Corrupted Das ist eine gute Hey 60 Das heißt Das ist der Versuch In dem ich schaffen werde Stimmt's Weil das habe ich gesagt Und alles was ich sage Stimmt Ich habe noch nie Nicht recht gehabt Mit irgendwelchen Vorhersagen Die ich gemacht habe In diesem Spiel Was macht Spaß Komm schon Jetzt Äh Äh Warum legt das Spiel auf Warum legt das Spiel Das ist nicht grafisch So anspruchsvoll Um ehrlich zu sein Das Spiel kann man Auf dem Smartphone spielen Warum legt das manchmal Fuck you Es kommt schon Das ist doch Das ist doch Halt's Maul Ja 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 Okay Jetzt Konzentration I got this I got this I got this Come on Please Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Nummer 74, du bist was ganz besonderes, ich vertraue dir, ich weiß, dass du Nummer 74 des orangenen Quadratclans es auf jeden Fall schaffen wirst, dieses Level zu besiegen, ich vertraue dir, ich vertraue dir mein Leben an und ich weiß, dass du es jetzt schaffen wirst. Ich bin gesprungen! Ich bin doch schon wieder ge- kannst du kein Scheißspiel sein und bitte das tun, was ich drücke? Es gibt nur einen Knopf, es ist nicht so kompliziert, das zu machen, was- Was? Ja, das ist das erste Mal, ich bin so reingestorben, ist der letzte Versuch, fuck, jetzt ist mir jetzt auch egal. Okay, no, 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 shut the fuck up! Fuck it, Level 1 fertig, ist mir egal wie viel da noch war, ich glaube, da hat noch nicht mehr so viel gefehlt, ich glaube, ich bin am letzten Sprung gestorben Und das war sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil, wenn es euch gefallen hat, schreibt es unten rein, dann werde ich einfach im nächsten Video mal das Level 2 probieren, es gibt nämlich, es gibt vier Level, okay, das heißt vier Videos, vier Level, solltet ihr es schaffen sein, auch wenn ich keines davon durchspielen werde, ist mir egal. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, wo ich ausraste, ist hier oben eine Playlist verlinkt, da habe ich alle meine Ragegames verlinkt, das sind glaube ich mittlerweile 25 Videos oder sowas, die meisten davon sind sehr alt, aber ich bin sehr oft ausgerastet, wenn ihr es sehen wollt, klickt da einfach mal hin und dann würde ich sagen, fuck you all, scheiß Dreckspiel, fuck, gar nichts mehr. Jetzt spiele ich irgendwas, wo ich weinen kann, ein Horrorspiel oder so, also bis gleich, später, ciao, bye.